Warum nicht, Simon? So, Leute, guckt euch das an. Ich mache im Augenblick so viel Knete, dagegen sieht Miklos Wettbuch wie Kleingeld für Kaugummis aus. Wir fangen hier drin keine Kriege an, um Drogenhändler zu werden. Du hast sogar einige unserer eigenen Soldados abhängig gemacht. Unsere Aufgabe ist es, unsere Männer zu beschützen, nicht kaputt zu machen.